Sozialwesen an der dualen Hochschule. Enger als hier lassen sich Theorie und Praxis nicht verbinden. Bei einem dualen Studium schließt du einen Studienvertrag mit einer Einrichtung, die mit der Hochschule zusammenarbeitet. Für die Bewerbung solltest du etwas Zeit einplanen, am besten eineinhalb Jahre vor Studienbeginn. Im Studium wechselst du dann alle drei Monate zwischen einer Theoriephase an der Hochschule und einer Praxisphase im Betrieb. Und während dieser gesamten Zeit erhältst du ein festes Gehalt. Hier bist du richtig, wenn du für andere ein Fels in der Brandung sein kannst. Im Studium lernst du, wie man soziale Fragestellungen wissenschaftlich analysiert und passende Lösungen erarbeitet. In den Praxisphasen geht es um die Umsetzung des Wissens im Berufsalltag. Unabhängig von der genauen Fachrichtung kannst du so später in allen sozialen Feldern arbeiten. Beim dualen Studium steht der Anwendungsbezug im Vordergrund. Bist du bereit für einen schnellen Start ins Berufsleben? Um Zeitung zuraktieren! Subtitelung. Vielen Dank.